Ich habe zwei E-Mails gekriegt von Leuten, die auch in Thailand sind, allerdings nicht in Pattaya. Der eine ist in Hua Hin und der andere ist in Chiang Mai. Den Namen möchte ich nicht nennen. Die haben mich gefragt, wegen der Krankenversicherung. Ich bin bei der Allianz Ayutthaya. Die war vorher die Aetna und davor war sie die Bupa oder Borapa oder wie die hieß. Und wenn man das jetzt macht mit 70, 75, so alt waren die beiden, der eine 70, der andere 75, dann ist das zu teuer. Und wenn man eine Million Bart versichert, pro Schadensfall, pro Jahr, kommt man etwa auf 12.000 Bart im Monat ohne ambulanter Behandlung. So, da haben die mich gefragt, die haben wenig Rente, da haben die mich gefragt, wenn du genauso wenig Rente hast wie wir, würdest du wieder zurück nach Deutschland gehen? Da würde ich sagen, nein, würde ich nicht. Ich würde zu Hause in meinem Haus verkümmern. Da ich Frau habe und Kinder, müssten die für mich sorgen. Und wenn ich starke Schmerzen habe, müssten die mir legale Mittel besorgen aus der Apotheke. So lange würde ich versuchen auszuhalten, wenn man keine Schmerzen hat und in einem hohen Alter ist. Ich sehe das übrigens jetzt aus meiner Sicht, bitte nicht negativ antworten oder sonst was. Ich sehe, das ist nur aus meiner persönlichen Sicht. Vielleicht siehst du das ja auch so. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 75 Jahre alt wäre und die Krankenversicherung kostet als Beispiel 15.000 oder 20.000 Bart im Monat und meine Rente ist nur 30.000, dann ist das unmöglich zu bezahlen. Das geht einfach nicht. Auch wenn man auf die Reserven zurückgreift, die sind innerhalb kurzer Zeit alle weg. Alles weg. Haus will man nicht verkaufen, das wäre bescheuert. Dann würde ich mir beim Arzt medizinische Produkte verschreiben, die legal sind, sodass ich keine Schmerzen habe. Und dann würde ich nur zu Hause bleiben. Ich würde gar nichts mehr machen und einfach abwarten. Denn das Schlimmste und das meiste oder die größte Angst, die ich habe im Alter, ist, krank zu sein und starke Schmerzen zu haben. Was kann man gegen die Schmerzen machen? Man geht natürlich zum Arzt, der verschreibt an Medikamente oder man wird operiert. So, wenn man sich dann hier die Krankenversicherung nicht mehr leisten kann, da gibt es sicherlich einige, da muss man halt versuchen, ein gewisses Kapital anzusparen, Grundkapital oder das Kapital, was man hat, zu nutzen, um dann sich Medikamente zu kaufen. Oder man hat halt noch ein Rückflugticket und man hat Verwandtschaft in Deutschland, die einen aufnehmen, die einen pflegen wollen. Kann man machen, aber ich würde das nicht machen. Erstmal kenne ich keinen mehr in Deutschland, der diese Aufgabe übernehmen würde. Jemand, der so lange weg ist, da verliert man dann auch den persönlichen Kontakt. Da würde ich also hierbleiben. Oder wie siehst du das? Da bin ich echt gespannt. Was würdest du machen in solch einer Situation? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du dir die Krankenversicherung nicht mehr leisten kannst? Du bist 75, 70, meinetwegen 80. Du bist noch einigermaßen fit im Kopf. Und deine Krankenversicherung will richtig Geld haben. Auf die Krankenversicherung verzichten oder dir alles mühsam vom Mund abzusparen. Oder sagen, okay, Risiko. Wenn ich krank bin, nehme ich Medikamente, versuche, keine Schmerzen zu haben und warte darauf, was passiert. Es ist, wie es ist. Einfach loslassen. Ich bin wirklich gespannt. Sag mir doch bitte mal deine Meinung. Ich würde mich total freuen. Danke für das Angucken und das Zuhören.